So, hallo und herzlich willkommen heute wieder zu Manne und Moli. Heute wieder von unserem Freizeitsfrei aus Walter Veslach. Heute sind wir bei mir daheim wieder. Ja und deshalb, heute haben wir auch eine kleine Ankündigung, weil wir haben etwas von, wir sagen nicht von welchem Paketzusteller zugestellt bekommen. Es war, war das der mit dem Auto? Es war der mit dem Auto. Der Paketzusteller mit dem Auto. Das war genau der, der hat sogar einen Sprinter geholt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein Zermedis. Ich glaube, ja. Ein Zermedis, wir dürfen auch keine Wirkung machen. Genau, genau. Deshalb sagen wir euch jetzt ganz einfach, was kommen ist. Der kleine Fanartikel ist bei uns eingetroffen und jeder, der einen möchte, bekommt natürlich einen handsignierten und zwar eine Autogrammkarte von Manne und Moli. Da, ich zeige es euch. Ja, Manne und Moli. Aber es sind doch zwei. Es sind zwei, das ist richtig. Wir haben zwei. Wir haben zwei verschiedene. Wir haben nochmal eine. Im Fall, dass es dem einen App gefällt. Genau, der kriegt noch das andere. Der kriegt noch das andere. Logischerweise handsigniert, persönlich von uns. Mit Stift. Mit Stift, genau. Mit Stift. Und Fingerabdruck, ja. Mit einem Daumen. Ja, jeder, der eins möchte, bekommt eins. So ein Körtchen. Mit einer extra Daumenabdrucksfarbe kauft. Richtig, genau. Und wir wissen zwar noch jetzt, wenn es jetzt einer ist aus Amerika, wie das da nachkommt. Also wahrscheinlich mit der Post, denke ich mal. Und die anderen, die kennen entweder, wenn sie uns sehr darauf ansprechen. Oder schauen wir mal. Jeder, der eins möchte, bekommt eins. Gut. Und heute haben wir wieder was im Programm. Oder? Ein kleines. Ein kleines. Ein kleines Lied. Ein kleines Lied haben wir im Programm. Und zwar ein Titel. Bad Moon Rising. Das sieht voll richtig blöd aus, wenn ich da spreche. Weil Mike Gosti läuft immer zehn Sekunden hinterher. Aber das kriegt man auch noch. Du wirst da lachen. Das darf ich auch. Wirklich was. Brutal. Brutal. Das ist ein Ding, der heute mal hat es. Aber hallo, hey. Ja, wo? Intro. Ich. Du. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Da wirst du immer noch lachen. Das ist ein Ding. Das ist ein Gnaller. Also. Ataque. Geil los. Bist fertig. Jawohl. 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 I see a bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Oh, don't go around tonight. It's about to take your life. There's a bad moon on the rise. Oh, you got your things to do. And you can't walk together. Hope you are quite prepared tonight. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taking for a night. Oh, don't go around tonight. It's about to take your life. There's a bad moon on the rise. Oh, don't go around tonight. It's about to take your life. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017